Die meisten Anbieter von Webseiten beauftragen einen Provider mit der Bereitstellung ihrer Seite im Netz. Lernen Sie in diesem Video, wie Sie sich Zugang zu einem solchen gehosteten Server verschaffen. Ein öffentlicher Webauftritt muss natürlich immer online sein. Sie brauchen also einen Rechner, der rund um die Uhr an ist. Der Rechner muss gewartet werden, er muss gegen Angriffe von außen geschützt werden. Alles für jemanden, der das nicht professionell betreibt, doch eine recht mühsame Arbeit. Dafür gibt es Internetdienstanbieter oder auch kurz Provider genannt. Der Provider kümmert sich um all diese Dinge und Sie müssen dann nur noch dafür sorgen, dass die Dinge, die Sie veröffentlichen wollen, an einen ganz bestimmten Platz kommen, den der Provider Ihnen zuweist. Diesen Platz kennen natürlich nur Sie bzw. die Zugangsdaten dafür, sodass da kein anderer noch mitmischen kann. Wenn Sie nicht wissen, für welchen Provider Sie sich entscheiden wollen, hilft Ihnen vielleicht die Seite Wikipedia weiter. Hier gibt es unter dem Stichwort Internetdienstanbieter am unteren Ende der Seite eine ganze Liste verschiedener Provider. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der einen guten Provider kennt, der Ihnen da einen Tipp geben kann. Ich wechsle jetzt mal zu meinem Provider, weil ich Ihnen noch eine Sache zeigen möchte, nämlich wie man an eine Domain kommt. Die Domain ist ganz wichtig für Sie, damit Besucher Ihrer Webseite, wenn Sie irgendetwas hier oben in die Adresszeile eingeben, auch genau bei Ihnen landen. Sie brauchen also einen Namen, der nur Ihnen gehört. Das kann natürlich nur ein Name sein, der noch nicht existiert. Und dafür verwenden die Provider auf Ihren Internetseiten sogenannte Domain-Check-Funktionen. Das ist eine Eingabezeile. Da können Sie prüfen, ob Ihre Domain noch frei ist. Das heißt, niemand hat die sonst. Ich prüfe jetzt mal, ob die Domain hasilein.de, habe ich echt vorher noch nicht getestet. Das ist selbst für mich eine Überraschung, ob die noch frei ist und bekomme jetzt den Hinweis, nein, diese Domain ist bereits registriert. Ich versuche jetzt nochmal eine andere Domain zu reservieren, nämlich die Domain typolighttraining.de. Und auch diese ist leider besetzt. Was mich diesmal aber nicht wundert, denn genau diese Domain habe ich mir für dieses Videotraining vorher reserviert. Hier sind wir auf dieser Internetadresse typolighttraining.de. Gemacht habe ich da noch nichts und deshalb sehen Sie jetzt hier auf dieser Seite erstmal, dass da eine Internetseite entsteht. Jetzt aber dritter Versuch. Ich möchte zum Beispiel einen typolight-Dienst anbieten, 24 Stunden, rund um die Uhr. Versuche typolight24.de und sehe, dass diese Domain registriert werden kann. Die meisten Provider bieten jetzt, wenn ich weiß, diese Domain kann ich für mich reservieren, ein Bestellformular. Das hat auch hier mein Provider. Klicke ich drauf, meistens im PDF-Dokument. Das kann man ausfüllen und dann an den Provider per Fax zusenden. Anschließend dauert das eine ganze Weile, bis man dann die Bestätigung vom Provider hat, dass man diese Domain registriert hat und bekommt dann meistens auch sofort die Zugangsdaten von dem Provider mitgeteilt. Viele Provider bieten Ihnen dann auch in dem Zusammenhang einen Zugang zu einem Kundenmenü bzw. zu einem Kontrollcenter an. Ich gehe mal auf mein Control-Center-Kundenmenü. Und in diesem Kundenmenü, das sieht natürlich von Provider zu Provider unterschiedlich aus, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel eine Datenbank anzulegen oder die verschiedenen Domains zu verwalten, die Sie haben. Und vor allen Dingen auch eine Ebene, auf der Sie verschiedene E-Mail-Adressen und Postfächer verwalten können. Außerdem bekommen Sie von Ihrem Provider noch die FTP-Zugangsdaten. Ich klicke mal hier auf das FireFTP, ein Add-on für den Mozilla Firefox-Browser, damit Sie die TypoLight-Systemdaten und natürlich auch Ihre eigenen persönlichen Daten auf den Server hochladen können. Wie komme ich nun ran an den Platz auf dem Server meines Providers? Ich habe ja die FTP-Zugangsdaten bekommen und mit denen erstelle ich mir in meinem FTP-Client einen sogenannten Account. Ich gebe als Host jetzt den Host an TypoLight-Training.de. Mein Login-Name hat mir mein Provider auch mitgeteilt. Auch das Passwort hat er mir mitgeteilt. Ich klicke hier auf OK und kann nun versuchen, mich mit dem Server zu verbinden. Ich habe hier bei mir noch ein Anti-Hacker-Tool installiert. Dem sage ich jetzt, dass er die Datenübertragung erlauben soll. Und in meinem Fall hat das jetzt geklappt. Ich bin hier auf dem Server meines Providers. Von dem weiß ich auch, dass meine Daten in dem Ordner HTML unterzubringen sind. Und hier gibt es jetzt verschiedene Ordner. In jedem dieser Ordner könnte ein System stecken. Da könnten aber auch nur ein paar HTML-Dateien drin sein. Je nachdem, wie man das selber aufbaut. Ich kann nun hier auf dem Server einen Ordner anlegen. Ich habe den mal TL-Training genannt. Kann dann über mein Kunden-Konfigurationsmenü definieren, dass diese Domain, die steht hier ganz unten, in den Ordner TL-Training verweisen soll. Und jetzt kann ich per FTP-Dateien in diesen Ordner TL-Training hochladen. Dafür will ich jetzt eine Beispielseite aus meiner lokalen Installation verwenden. Ich gehe in den HT-Docs-Ordner meiner XAMP-Installation. Da hatte ich einen Ordner typo Lite abgelegt. Und diese beiden Dateien da drin, die lade ich jetzt nun auf den Server hoch. Und wenn ich mir jetzt meine Seite anschaue und nochmal neu lade, dann müsste jetzt die neue Seite erscheinen. Ja, tut sie auch. Im Grunde genommen, wenn wir jetzt typo Lite installieren, ist das dieselbe Vorgehensweise, nur dass bei typo Lite natürlich ein paar mehr Dateien dabei sind. Bis zum nächsten Mal.